Schichtbeginn für das Duo Mertens-Jochheim. Was die Verkehrspolizisten noch nicht wissen, heute wird es laut werden, sehr laut. Okay, okay. Auf geht's. Ralf Jochheim war früher beim BKA. Dort beschützte der Oberkommissar Spitzenpolitiker und Staatsanwälte. Seit acht Jahren gehört er zur Kölner Fahrradstaffel. Seinen Streifendienst verbringt inzwischen auch Markus Mertens an der frischen Luft. Vorher arbeitete der Oberkommissar bei der Autobahnpolizei. Jetzt kümmert er sich meist um Verkehrsrowdies mit 0 PS. Bei fast jeder zweiten Kollision haben die Radler Schuld. Eigentlich müssten sie rechts fahren, auch am Neumarkt. Doch an dem belebten Verkehrsknotenpunkt sind Geisterfahrten normal. Absteigen bitte. Falsche Richtung, genau. Super. Das Problem ist, dass wir die Radfahrer haben. Die Fußgänger möchten hier rüber die Straße queren. Die Autos wollen hier abbiegen. Natürlich gibt es immer ein paar Radfahrer, die fahren in die falsche Richtung auch noch. Die kommen dann da hoch. Und das ist schon sehr problematisch hier. Der Autofahrer will abbiegen, der muss natürlich achten auf die Radfahrer, Fußgänger. So, der fährt jetzt. Ja. Der fährt mal rot, ne? So, durch die Fußgänger. Das ist der klassische Rotlicht, ne? Der nächste auch da, ja. Der Mann wollte quer über die Straße. Jetzt muss er zur Ampel. Dankeschön. Wo geht's denn hier lang? Das ist echt irre. Die Dame hat Glück gehabt hier? Schön bei Rot, ey. Guckt fünfmal, ey. Mann, ey. Steht auch wieder ein Pkw, guck mal. Wir kämpfen gegen Windmühlen. Ist einfach so. Ja, und jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag. Gleiche Szenario, gleiche Verstöße. Das ist doch saugefährlich hier vorne. Mensch, passt da drüber auf, ne? Ja, klar. Hier vorne rum dann hier. Ja, klar. Die Autos kommen hier rumgeschossen und du gehst hier rüber. Ja, das ist doch. Ja, das ist doch. Okay. Der Platz in der Innenstadt ist auch ein beliebter Treffpunkt für Drogenabhängige, die im Rausch manchmal die Orientierung verlieren. Andere kommen ganz nüchtern vom Weg ab. Ja. Ja. Das ist nicht so gut, was sie da tun, ne? Ja. Von der Straße mal runter. Weil über das Fußweg, da fährt man nicht mit dem Roller rüber. Kommt immer von der Straße. Okay. Die Frau wollte abkürzen. Guck mal, gerade bei dem Transporter hier. Wo möchten Sie hin? Bitte? Wo möchten Sie hin? Ich möchte zum Neumarkt. Ich hab nicht hin beim Arzt. Dann machen wir das doch mal, ne? Aber nicht mehr da vorne rüberfahren, ne? Nee, mach ich nicht. Okay. Hoch und heilig versprochen. Danke schön. Das sollten Sie vielleicht mal ein bisschen sichern hier, ne? Mal eben schnell greift man da rein. Dann ist das Ding weg. Sie haben recht, aber ich glaube immer noch, Sie haben wahrscheinlich andere Erfahrungen. Haben wir. Genau. Ich habe bisher noch... Keine Erfahrungen damit gemacht? Nee, bisher glaube ich noch an das Gute im Menschen. Ja, aber... Sie haben es mir wieder bewiesen. Ja, aber wir sind ja auch lieb und nett. Aber es gibt ja Leute, da stehen Sie immer an der Ampel. Alle kommen vorbei, zack, das Portmonee immer raus. Portmonee weg. Dann bin ich wieder bei Ihnen und heulen Ihnen in die Ohren. Sehen Sie. Das war der von eben, Markus. Der dreht Runde. Guck mal, ob ich den kriege. Da ist er doch, da ist er doch. Den hast du doch schon. Fahrt mal hinterher. Guck mal mal. Der Porsche muss an der roten Ampel warten. Kommissar Mertens kommt so richtig in Fahrt. So, hallo. Polizei, Sie fahren gleich mal hier vorne rechts ran. Okay? Sie wissen warum. Wenn Sie Probleme mit dem Gaspedal haben, dann werden wir jetzt gleich mal das Wort suchen, okay? Ich habe das letzte Jahr nur Leute wie Sie aus dem Verkehr gezogen. Und Sie wissen, was hier los ist in der Innenstadt, ne? Vorne mal ranfahren. Ja. Nach vorne an der Ampel fahren Sie mal rechts rein. Weiter, weiter. Ralf? Da ist kein Platz. Können wir hier reinfahren? Doch, da passt. Ja. Fahren Sie mal geradeaus, parken mal neben dem silbernen Golf da. Da haben wir Platz. So, perfekt. Alles gut. Ja, ja, passt. So, Mertens ist mein Name von der Polizei Köln. Den Führerschein, Fahrzeugstelle hätte ich gerne mal. Haben Sie eine Vermutung, warum Sie es erwischt hat? Dürften Sie mal fahren? Ja, weil er ein bisschen zu laut war eben, glaube ich. Zu schnell kann er da, ich wollte den einen oben fahren. Zu schnell hat keiner gesprochen. Überhaupt nicht. Ja, war ein bisschen laut, aber es ist Porsche. Ja, nee, das ist Ihr Fuß. Ihr rechter Fuß. Das ist Ihr Fahrzeug. Ja. Was haben Sie denn verändert am Auto? Gar nichts. Glaube ich nicht. Sportfahrer kann ich hier mit dem Knopfdruck auf und zu machen. Glaube ich nicht, weil der Auspuff, der knallt, wenn Sie das Gas weglegen. Ich weiß, das ist Porsche. Können Sie jeden Porsche Boxer S. Ja. Mein Mensch hat keine Menge gehabt. Der geht noch lauter. Aber meinen Sie, wie viel Porsche wir sichergestellt haben unter Trefferquote von fast 100 Prozent? Das ist vom Porsche Original. Das habe ich einbauen lassen von denen. Ach so, von der Werkstatt. Von Porsche 100 Prozent gekauft habe. Machen Sie die Motorhaube mal auf, bitte. Kein Problem. Gut. Sehen Sie aber nicht viel von, ne? Nee. Der ist 100 Prozent, da habe ich nichts dran gemacht. Gut, 55 Euro Verwarnungsgeld. Wofür denn? Für das, was Sie gerade da vorne gemacht haben. Was ich Ihnen vorwerfe, ist nicht das zu laut, es ist Ihre Fahrweise. Was, habe ich hier irgendjemand gefährdet? Ja. Wen? Sie haben die Leute belästigt da vorne. Belästigt? Reicht das nicht? Wenn ich mit einem Ferrari durch die Innenstadt fahre, belästige ich auch die Leute. Das ist für mich kein Argument. Sie wissen, wovon wir... Aber pass auf, ganz einfach. Ja. Ich habe Ihnen die Verwarnung angeboten, Sie können ein Appellieren. Dann schreibe ich es auf. Dann schreibe ich es auf. Ja, machen Sie einfach. Okay, EC-Karte, Kreditkarte da. Ich bin aus dem Klinik. Dann dauert es einen kleinen Moment. Dann mache ich den Zahlschein fertig. Können Sie immer von sieben Tagen überweisen. Wenn nicht, kommt es zur Anzahl. Typische Polizei hat ein bisschen Kohle bezahlen. Das ist immer so. Ich habe schon dreimal angehalten, seitdem ich einen Porsche habe. Jetzt, wo ich keinen Führerschein hatte, musste ich jedes Mal 10 Euro bezahlen. Normalerweise vorher hatte ich schon BMW, da war kein Problem. Aber einen Porsche musste zahlen. Das sehen die in Deutschland genauso wie in anderen Ländern. Das ist Ihre Vermutung, warum? Keine Ahnung. Wir müssen ja auch von den ganzen Asylanten das Geld wieder reinholen, was das kostet. Würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Aber ist mir auch scheißegal. So. Mein Lieber. Ja. Einmal zurück. Die 55 Euro zahlen Sie nicht dafür, dass das Auto zu laut war, sondern die 55 Euro zahlen Sie für die Einstellung in Ihrem Kopf. In Verbindung mit dem Gaspedal. Ja, aber das ist wirklich ein Argument. Ich rede gar nicht lange drum herum. Weil das da unten, das Gaspedal, wie ich beschleunige in so einer Situation, wo gar kein Platz ist. Die Ampel ist rot. Da brauche ich nicht hochziehen. Das war von der Sparkasse. Da brauche ich nicht hochziehen. Ja, und das 30 Euro im Übrigen. So, das schafft man nicht auf so einem kurzen Stück. Bin ich auch nicht. Aber den Leuten in Köln geht das Verhalten, was gerade war, auf den Sack. Ich sage das ganz deutlich, damit wir uns verstehen. Ja, okay. So, es steht Ihnen frei, das zu bezahlen. Ja oder nein, sollten Sie das nicht innerhalb von sieben Tagen überweisen. Kommt das zurück und dann schreiben wir alles auf. Ich weiß es nicht. Ja, haben wir klar. Und Sie kriegen jetzt einen Platzverweis für die Innenstadt. Ich muss aber jetzt ins Fahrzeug. Mit diesem Auto kriegen Sie jetzt einen Platzverweis. Sehen wir Sie nochmal, wird das Auto eingeschleppt. Okay? Was heißt ein Platzverweis? Sie dürfen hier nicht mehr auftauchen. Ich bin aus Köln. Ja, ich weiß. Und wir sind auch aus Köln. Ja, ja, aber was heißt, ich darf heute das Fahrzeug nicht mehr fahren? Sie kriegen jetzt einen Platzverweis für die Innenstadt. Für die Innenstadt, okay. Bis 20 Uhr, okay? Haben wir uns verstanden, ne? Gleichfalls. Weil die anderen Leute wollen auch einen schönen Tag haben, ne? Ja? Schönen Tag. Gut, gleichfalls. Viele Leute unterwegs, es ist ein schönes Wetter. Schön den Arm raus. Haben viele auf ihn geachtet, wir auch. Unsere Aufmerksamkeit hat er dadurch erregt, ne? Ja. Und dann wird auch jeder bedient, ne Ralf? Die Abfuhr zeigt Wirkung. Der Poser schleicht sich. Diesmal. Kölns Straßen sind ein gefährliches Pflaster, vor allem für Fahrradfahrer. Jedes Jahr sind sie in rund 1400 Unfälle verwickelt. Besonders oft kracht es in der City. Mit bis zu 18 Fahrradcops überwacht die Polizei daher den Stadtkern. Vor vier Jahren stieß Hauptkommissar Martin Ruppert zur Velo-Truppe. So im Wetter her ist das ja super. Ein Radpolizist der ersten Stunde ist Hauptkommissar Christian Reiner. Seit acht Jahren wirft das Gründungsmitglied der Staffel nichts aus der Bahn. Vorsicht, ja, das ist dann nicht so gut. Das ist aber auch schlecht, ne? Das nächste Hindernis kommt von vorn. 200 Menschen werden jedes Jahr durch Geisterfahrer verletzt. Guten Tag, einmal bitte stehen bleiben. Falsche Richtung. Ich war gerade noch da rüber. Ja, dann machen Sie das, ne? Alles klar. Wenn Sie von oben kommen, ist es ein bisschen schwierig, weil hier ist jetzt so ziemlich hoher Bordstein, am besten nochmal die 20 Meter zurück. Alles klar. Und da auf die Schienen aufpassen, bitte, ne? Als nächstes im Visier Autofahrer oben ohne. Was willst du? Ja, Gurte machen. Hier ist Platz genug. Ja, das hast du halt gesehen. Ja, klar. Die Anschuldigungen sind nicht haltlos. Guten Tag. Guten Tag. Einmal Gurt, zweimal Gurt, dreimal Gurt. Hier mal bitte rechts ranfahren zwischen die LKWs. Dreimal Gurt, bis auf den Fahrer, alle nicht geschnallt. Fahrer ist angegurtet. Alle anderen nicht? Ja, was ist denn hinten nochmal? Was ist denn hier los, Freunde? So, Rainer, mein Name ist von der Polizei Köln. Von Ihnen bitte Führerschein, Fahrtzuschein. Von allen anderen bitte einen Ausweis. Ich war angeschnallt. Aber die sollen doppelt beschaffen, in meiner Meinung. Doppelt, ja gut. Dann? Wirklich, wir waren angeschnallt. Wir wollten hinter diesem Auto hier parken. Und dann haben wir es abgeschnallt. Weil der Auto piepst ja, wenn man sich abschnappt. Haben wir gesehen, Polizei hier, haben wir gesagt, ja, okay, fahren wir ein bisschen weiter, kann man parken. Aber es ist eben wichtig für die Sicherheit. Weil bei den Verkehrsunfällen sind sie alle verletzt. Ja, wenn jetzt Grün wäre, wir hätten vorbeigefahren, dann wäre nichts passiert. Dann hätten wir drei Verletzte, mit Pola 4. Und deswegen, um das halt ins Bewusstsein zu rufen, halte ich für 30 Euro für absolut erforderlich. Und das auch für jeden. Da mache ich gar keine Ausnahme. Jetzt von 100 Autos, wenn Sie sehen, hinten, ist fast keiner eingestellt. Aber ich sag mal so. Wirklich, ist so. Nee. Also ich mache es immer grundsätzlich, so muss ich es selber wissen. Ich steige ins Auto, schnalle mich einfach los. Wenn man erst abschnappt, wenn man steht, dann ist immer die gleiche Reihenfolge. So einfach ist es ja im Prinzip. Doch bei 30 Euro für Warngeld bleibt es nicht. Die Personenüberprüfung ergibt, dass gleich drei der vier Männer Schulden bei der Stadt haben. Das hat jetzt Konsequenzen. So, okay. Beziehungsweise nicht okay. Eventuell kriegen wir gleich noch mal Besuch von der Stadt Köln. Stadt Köln? Genau. Und zwar von dem Kassen- und Steueramt. Da gibt es nämlich offene Forderungen. Aber da kommt gleich einer vorbei und machen wir gleich. Machen wir eins nach dem anderen. In diesem Fall liegen Steuerschulden vor. Es können verschiedene Sachen rein. GIZ nicht bezahlt oder auf einem Finanzamt irgendwas nicht bezahlt. Autosteuer nicht bezahlt. Also all sowas ist möglich. Einmal waren es etwas über 3.000, einmal noch mal 1.000. Und, also waren jetzt einige Treffer. Und das lohnt sich da auf jeden Fall dann halt für die Stadt Köln, für das Kassensteueramt halt dann rauszukommen. Weil das finde ich halt immer ganz gut, wenn offene Forderungen sind, dass das dann halt auch vollstreckt wird. Die Männer sollen die Forderungen an Ort und Stelle begleichen. In bar. So lange dürfen sie nicht weg. Auch in der Kölner Innenstadt könnte am Mittag fleißig abkassiert werden. Stattdessen setzen die Radpolizisten Ralf Jochheim und Markus Mertens immer wieder auf die Einsicht der Bürger. Ausgerechnet in den Parkverbotszonen am Neumarkt machen Autofahrer permanent Halt. Ermahnung statt Strafe. Ein Sisyphus-Job. So, auf geht's. Darf ich zum Banken oder? Nein, geht nicht. Das ist eine Ladezone für Berechtigte, ne? Ja. Okay. Sonst, wenn nachher einer kommt, Geldtransporter, so müssen die alle ausweichen, ne? Gut. Verkehrsanarchie mitten in Köln. Für die Beamten schier zum Verzweifeln. Dann fahren die da rüber, dann kommen die bei Rot, dann queren die hier vorne, dann stellen die die alte Zone zu. Hier die Ladezone, der Park ist auch wieder nach vorne, zum Ein- und Aussteigen. Schon irre hier, die Stelle. Ja, guck mal, der parkt hier einfach, der parkt hier lustigerweise. Der Radfahrer kommt schon, der müsste auf die Straße fahren. So. Schönen guten Tag. Die dürfen die auch nicht halten, ne? Tut ihnen leid, dann fahren sie mal schnell weg, ja? Sonst müssen sie bezahlen. Dankeschön. Bitteschön. Hier vorne der Taxifahrer, ne? Steht jetzt auch schon auf dem Radweg wieder, ne? Jetzt kommt die Radfahrerin. Hallo. Sie muss jetzt statt auf dem Radweg auf der Straße fahren, ne? Das sind unsere Taxifahrer, da kann man aber auch reden. Wenn wir verwarnen, sind wir die Blöden, ne? Ich meine, das sind immer nur 30 Sekunden, 35 Sekunden, wo die da stehen, ne? Zum Ein- und Aussteigen, aber die 35 Sekunden können dazu führen, ne, dass ein Radfahrer halt, wenn Verkehr ist, zu Boden fällt, ne? Weil er im engen Bereich mit Auto, ne? Eine Berührung hat. Da steht auch wieder einer, der guckt schon. Er steht mitten auf dem Radweg, ne? Radfahrer müssen an ihm vorbei, alles egal, ne? Mit dem rechten Heck komplett auf dem Radweg, ne? Schrille Töne für renitente Fahrer. Verkehrspolizist Mertens macht seinem Ärger Luft. Das ist, äh, das verlängerte Sprachrohr, ne? Das ist extra eine Schiri-Pfeife, die Schiedsrichter benutzen, weil die ist ein bisschen schriller, ne? Da reagieren die meisten Leute drauf. Auch zwei Mütter irren umher. Hallo! Darüber die Ampel! Oh je! Ja, wenn der Ralf, ne, mit strengem Blick nach vorne geht, ne, und die Pfeife benutzt, dann... Reicht! Könnte man böse sagen, überm Ralf ist immer ne Gewitterwolke, aber... Über dir ist immer ne Gewitterwolke, Junge. Ja. Mein Gott, mein Gott. Die waren ja völlig verplant, ne? Ja, ja, geht gar nicht. Ganz einfach, man kann hier vorne auch runtergehen, überhaupt kein Problem. Und dann wollten die ja quer rüber, aber naja, das ist wirklich... So, dann machen wir jetzt einen Zahlschein dran, ne? Parken mit Behinderungen. Hast du gedacht, wie viel denn? 15 mit Behinderungen. So wenig? Mit Behinderungen. Kostet mehr? Ja. Ja, reicht. Ach, du bist wieder ein guter Mensch heute. Der stinkt. Der parkt, der müsste es eigentlich abschleppen lassen, ne? Wieso? Weil es stimmt nicht? Ja, weil er hier mit kompletten Viertel des Autos auf dem Bürgersteig steht, ne? Der nimmt ja nur jetzt alles hier in Beschlag, was geht, ne? Der steht jetzt schon über ne halbe Stunde hier? Ja. Da würde ich sagen, bestell mal ne Abschleppung. Die Dame da vorne auch. Hallo? Die Dame, absteigen. Schönen guten Tag. Mein Name ist Jocham. Sylvia Kratz-Bäke. Sehr schön. Es ist heute nicht mein Tag. Ich war schon im Aufzug eingeschlossen. Ach, eingeschlossen. Ich dachte, eingeschlafen. Ne. Okay, bin hier beruhigt. Ich bin von da gekommen und darf das nicht. Warum machen Sie das denn? Ich bin zu Fuß bis da und dann denke ich, fahr das Stückchen hier. Denken Sie. Aber gucken Sie doch mal, wie schmal der Radwege hier ist, ne? Ich weiß. Ja. Ich, ja. Was mache ich denn mit Ihnen? Sie sind doch schon einsichtig auch noch, ne? Bitte? Entschuldigung. Sie sind einsichtig, ne? Ja. Sie haben ja recht. Ich will gar nicht recht haben. Wir sollten Ihr Verhalten einfach ändern. Tue ich jetzt. Nachdem Sie was bezahlt haben. Verhandeln können wir nicht. Ja. Ich habe auch keine Schokolade mehr dabei. Nein. Und Sie haben schon einen schlechten Tag heute gehabt. Scheißdorf. Echt? Und Sie versprechen mir wirklich, das nächste Mal das nicht zu machen. Ehrlich? Ganz ehrlich. Wirklich? Unterzeugen. Okay. Dann verwarn ich Sie mal möglich, ausnahmsweise. Also, wie die gerade die Ecke hier ist, will ich nicht. Ja, nee, Sie haben ja recht. Ich weiß. Nee, Sie sehen mich und steigen dann ab. Aber das hätten Sie gleich machen können. Ja. Gucken Sie, ne? Warum nicht gleich? Ja. Hierher gehen. Ich wollte Sie mal kennenlernen. Okay, ich wollte mich kennenlernen. Okay. Machen Sie es gut, ne? Tschö. Jochheim zeigt Herz. Sein Kollege hat währenddessen eine gefährliche Ladung entdeckt. Hallo. Hallo. Das sehe ich ja gerade durch Zufall hier, ne? Was denn? Absteigen. Wir sind Geisterfahrer. Ja? Runter und da zurück. Da rum. Und nicht durch die Leute jetzt. Da rum. Nee, jetzt da hin. So. Gucken Sie mal Ihre Flasche da. Soll ich Ihnen mal was zeigen? Das kostet 300 Euro, Bußgeld. Das ist leer. Ist die entgast? Nein. Das stand auf dem Kopf. Ist klar. Weil ich die Fülle mit immer. Die ist wirklich leer. Sollen wir einen Test machen? Brauche ich keinen Test machen. Die ganze Ladung da hinten drin kostet Kohle, ne? Was steht denn da drauf? Reinenergie. Das ist ein Gitter. Das hat doch damit nichts zu tun. Ladung so zu sichern, dass es bei Vollbremsen noch nicht verrutschen kann. Ich glaube, wenn ich durch das Fenster gucke, durch Zufall jetzt gerade mal, geht gar nicht. Ich fahre hier vorne weg und mache die Dreck raus. So, da vorne irgendwo rechts einen Parkplatz suchen oder raus machen oder umlagen. Da taucht der Falschparker auf. So, hallo. Der Mann will weg. Aber er hat die Rechnung ohne Märkens gemacht. Das ist blöd, ne? Nehmen Sie mal direkt den Zettel hier. So, Polizei Köln, Märkens ist mein Name. Ich grüße Sie. Sie standen kurz vorm Abschleppen, ne? Ich würde gerne erklären, warum ich hier gestanden habe. Können Sie gerne machen. Kein Problem. Was war der Grund? Was war der Grund? Ich habe also hohe Bargeld gerade eben bei der Bank eingezahlt. Über 30.000 Euro. Und heutzutage, also wir hören ja viel. Und deswegen wollte ich ganz nah in der Bank sein, damit da keine Überfahrt oder sowas passiert. Also darum geht es mehr nicht. Ich war auch bewusst, das war auch angemessen. Sie haben recht. Also darf man nicht. Aber der Grund, also was ich hier bezahle, 15 Euro. Aber dann ist das der Sicherheit viel, viel höher, also von meiner Seite aus. 30.000 Euro. In bar. In bar. Gut. Bei mir dauert so eine Einzahlung fünf Minuten, ne? Bei mir dauert es auch fünf Minuten, ne? Und ich 40. Nein, bei mir dauert es auch fünf Minuten. Ja. Aber wenn ich jetzt 500 Meter weit gepackt hätte, dann hätte ich das alles schleppen müssen. Alles gut. Okay. Sieben Tage haben Sie Zeit zu überweisen. Es gibt wohl keine Ausrede, die die Polizisten noch nicht gehört haben. Beim nächsten Erklärungsversuch gibt sich Jochheim geschlagen. Schönen guten Tag, ne? Mein Name ist Jochheim. Gucken Sie da drüben, ne? Die Ampel zeigt rot und Sie marschieren komplett bei rot drüber, ne? Ja, normalerweise mag ich nicht so, aber ich muss Pipi machen. Sie müssen Pipi machen? Ja. Ja, ist ein guter... Ehrlich, ehrlich, immer so. Ich will immer Angst, immer Angst von der Ampel, immer. Gehen Sie mal, gehen Sie mal schnell auf die Toilette, ja, auch eine gute Ausrede. Doch der Beamte kann auch anders. Als ein Radfahrer an derselben Kreuzung über die Ampel fährt, sieht Jochheim rot. Hallo, Anhalt bitte. Schönen guten Tag, mein Name ist Jochheim. Also was Sie machen, geht überhaupt gar nicht, ne? Gucken Sie mal, da vorne die Ampel ist knallrot. Alle stehen da? Ja, können Sie auch machen bei grün, aber gucken Sie mal, die Autos haben grün, die fahren hier vorbei und Sie kommen dann und fahren bei rot. Ganz, ganz schön, das Ding. Sprachlos. Warum machen Sie das denn? Ich wollte hier hin. Ja, weil die frei war. Da fahren Sie einfach, obwohl rot ist. Ja, ist rot, aber in diese Richtung nicht. Aber warum warten Sie da vorne? Sie warten erst in bestimmten zwei Minuten vor der roten Ampel und dann fahren Sie einfach. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Gucken Sie mal her, der war jetzt auch da vorne. So standen Sie ja auch. Sie standen quasi da, standen Sie auch. Der wartet und wartet und wartet. Für die Autos, für die Richtung war grün. Und da können Sie die Ampel allein doch gar nicht sehen, ob die grün haben. Und die waren auch grün. Das können Sie doch gar nicht sehen von da. Ja gut, ja, aber es war grün. Sie können es doch gar nicht sehen, ob da grün war. Wir können überprüfen, was Sie sagen. Wir können das gerne überprüfen, wie geht der Mann. Ich will, ich, 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 zeigen Sie es mir. Ich will das gerne wissen von Ihnen. Sie zeigt nicht, dass ich es gesehen habe. Nur die Autos sind rübergefahren. Sagen Sie es mir. Wollen Sie nicht. Also, Sie möchten es nicht. Gut. Haben Sie aufgenommen, Herr Mingus? Ja, ich habe es aufgenommen. Ich sehe schon bei Ihnen, es bringt einfach nichts, mit Ihnen zu sprechen. Nein, nein. Es bringt nichts. Für mich bringt nichts, mit Ihnen zu sprechen. Es kann doch nicht so schwer sein, zu begreifen, dass man bei einer roten Ampel stehen bleiben muss. Das habe ich auch gestanden. Ja, und warum halte ich Sie jetzt an? Ja, weil Sie sehen, dass wir querfahren über die Straße. Und, und, warum? Weil es war... Rot. Ja. Rot. Die Ampelanlage gilt für Sie. Es war rot. Schau mal hier. Der geht auch einfach bei Rot hier rüber, der Herr. Ganz normal. Alle anderen warten. Das ist doch nicht in Ordnung, ne? Ich bin ja gerade bei Ihnen, bin ich ja gerade. Ich kann ja nicht alles machen. So, aber dieser Verstoß, ganz ehrlich, länger als eine Sekunde Rotlicht, kostet 100 Euro. Vorsatztat 200 Euro. Und dann kommen noch Gebühren von 28,50 Euro hinzu. Also 228,50 Euro kostet der Verkehrsverstoß. Also Sie bekommen dann Post. Und dann können Sie nochmal das Ganze dann nochmal bezahlen oder nicht bezahlen. Dann geht es eh vor Gericht. Ich wünsche Ihnen trotz aller Leben einen schönen Tag. Dass Ihnen nichts passiert. Nein, ich bin schon versagt. Sie können dann weiterfahren, wenn Sie möchten. Tschö. Oh Mann. Ich möchte Ihnen eine Brücke ja auch bauen. Man könnte sagen, keine Vorsatz hat und ein bisschen günstiger machen. Aber bei ihm ist das so, das interessiert ihn anscheinend gar nicht, weil er oft dann recht beharrt. Und ja, da kann ich auch nichts mehr machen. Genau. Ja.